Dies war nun die rund 14-sekündige Startsequenz des Lerncomputer 80 und damit begrüßen wir euch herzlich zu diesem kurzen Vorstellungsvideo. Der Lerncomputer 80 wurde ab dem Jahr 1982 von dem volkseigenen Betrieb Mikroelektronik Erfurt produziert. Somit ist dieser der erste kommerziell erwerbliche Computer in der DDR gewesen. In dem Lerncomputer 80 läuft der U880. Dies ist ein 8-Bit-Prozessor, welcher ein Nachbau des ZulogZ80 war. Die Prozessoren des Lerncomputer 80 waren meist Ausschlussprozessoren, welche sonst nicht mehr verwendet worden wären. Da diese somit leicht schlechter performen, wurden diese auf einen Takt von 900 kHz begrenzt. Als Speichermöglichkeiten sind zwei Kilobyte ROM und ein Kilobyte RAM vorhanden gewesen. Als In- und Outputschnittstelle besitzt der Lerncomputer 80 eine Taschenrechner-Tastatur, ein Lautsprecher, ein 6-Stellen-7-Segment-Display, ein Magnetbandanschluss und ein CPU und ein User-Bus. Nun wollen wir den Lerncomputer 80 mit einem Produkt aus der heutigen Zeit vergleichen. Dabei habe ich gerade schon die Hardware sowie die In- und Outputschnittstellen des Lerncomputer 80 näher definiert. Im Vergleich zu dem Lerncomputer 80 haben wir den RoboDyn Uno Revision 3, welcher auf dem ATmega328 basiert herangezogen. Dieser ist ein 8-Bit-Mikrocontroller mit einer Taktrate von 16 MHz. Als Speicher stehen 32 Kilobyte Flash-Speicher und 2 Kilobyte SRAM zur Verfügung. Als Besonderheit hat der ATmega328 noch vier Timer, sechs pulsweiten Modulationskanäle sowie zwei Analog-Digitalwandler, mehrere Datenbussysteme wie zum Beispiel den I2C-Bus. Als Input- bzw. Outputschnittstelle gibt es 23 programmierbare Lines und standardmäßig wird der ATmega328 auf C bzw. Arduino C programmiert. In einem direkten Vergleich kann der ATmega328 in Punkto Größe und Performance Punkten. Des Weiteren bietet er mehr Anschlüsse und Möglichkeiten seiner Verwendung. Natürlich kann der ATmega328 den Lerncomputer nicht komplett abhängen, denn dieser lässt sich stufenweise in Assembler durch die Teilchenrechner-Tastatur programmieren, wodurch kein weiterer PC gebraucht wird. Seine einzige wirkliche Schwachstein liegt darin, dass die geschriebenen Programme nicht gespeichert werden können und somit nach jedem Ausschalten verloren gehen. Nun wollen wir die zwei Programmiersprachen kurz vergleichen. und uns den Assembler-Code näher ansehen. Beide Codes lassen eine LED blinken. Wie schon zu sehen ist, ist der Arduino C-Code viel einfacher zu lesen und zu verstehen. Im Gegensatz dazu hat man bei der Assembler-Sprache nur Menomiken, welche vom Prozessor abhängig sind. Sozusagen gibt es unterschiedliche Befehle auf den unterschiedlichen Prozessor-Plattformen. Wenn wir uns nun den Assembler-Code ansehen, dann sehen wir, dass es ein Unterprogramm namens Delay gibt. Dieses wird in den unteren Zeilen des Codes definiert. Bei diesem wird zu Beginn das Register C mit dem Wert OFFH geladen. Danach wird dies vermindert. Wenn C dann klein genug ist, wird die Unterfunktion beendet und der Programmcode des normalen Hauptprogramms wird fortgesetzt. Das normale Hauptprogramm beginnt damit, dass das Register A mit dem Wert OFFH geladen wird. Daraufhin folgt der Output des Registers A mit der LED. Der Wert OFFH gibt somit ein High-Signal aus, wodurch die LED leuchtet. Danach wird noch das Register B geladen. Nachdem das Register B geladen wurde, kommt es zu zwei kleineren Schleifen. Diese rufen beide zuerst die Delay-Funktion auf. Danach wird Register A mit dem Wert OFDH geladen, welcher wieder an der LED ausgegeben wird. Diesmal liegt ein Low-Signal an, wodurch die LED erlischt. Wenn die beiden Schleifen durchgelaufen sind, springt das Programm wieder an die erste Stelle und beginnt wieder von vorne. An der Stelle bietet es sich natürlich an, dass beide Plattformen einmal programmiert und die Unterschiede in der Programmierung festgestellt werden. Jetzt haben wir hier viel über Register gesprochen, aber was machen die eigentlich oder wofür werden die gebraucht? Das Rechen wie das Steuerwerk benötigt zur Befehlsbearbeitung Speicherplatz, welcher vom Prozessor verwaltet wird. Diese Speicherstellen werden im Allgemeinen Register benannt. Diese werden in drei Kategorien eingeteilt. Das erste Register ist das Datenregister und dieses dient der Aufnahme von Apparanten sowie zur Speicherung von Ergebnissen. Das nächste Register wäre das Adressregister. Dies ist für die Adressierung von Apparanten im Speicherbereich des Prozessors verantwortlich. Das letzte ist das Steuerregister. Es dient zur Steuerung des Ablaufes der normalen Befehlsbearbeitung und für besondere Situationen wie einem Interrupt. Es gibt natürlich viele Registerbefehle, aber diese sind natürlich auch plattformabhängig und die üblichen Befehle sind zum Beispiel der Load-Befehl, bei dem ein Register A mit dem Inhalt B geladen wird oder der Add-Befehl, der JotR, also JumpRelative-Befehl oder der Return-Befehl, wo man aus dem Unterprogramm wieder zurück ins Hauptprogramm gelangt. Zum Abschluss wollten wir euch noch einmal die stufenweise Programmierung des Lerncomputer 80 demonstrieren. Dabei wird erstmal über die Adress-Taste die Adresse ausgewählt, in welche der Code geschrieben werden soll. Die Adresse kann dann mit der Data-Taste gefüllt werden. Mithilfe der Plus- bzw. Minus-Taste kann man in einer Schritte einfach über die Adressstellen wechseln. Nun wird das Umlaufspiel eingegeben. Dabei werden Stellen des sieben Segment-Displays beleuchtet. Mit der Plus-Taste ist das Umlaufspiel unterbrochen. Der Umlauf wird aber von jeder anderen Taste außer der Reset- oder Interrupt-Taste wieder fortgesetzt. Wir haben um die 5 Minuten gebraucht, um das Programm einzugeben. Deswegen haben wir den Clip jetzt etwas beschleunigt. Im Anschluss folgt noch der Quellcode für das Umlaufspiel und damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen noch viel Erfolg und Spaß im Studium. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.